Unsere Zukunft, die Zukunft Deutschlands, liegt in den Händen seiner größten Generation. Meine Freunde, das sind Sie! Wir haben uns in den Kappen, für Kaiser, Gott und Vaterland! Wir haben uns in den Kappen, für Kaiser, Gott und Vaterland! Wir haben uns in den Kappen, für Kaiser, Gott und Vaterland! Wir haben uns in den Kappen, für Kaiser, Gott und Vaterland! Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 im Auftrag des ZDF, 2020